Musik Ein Jahr mit vielen Aufgaben liegt fast hinter uns. Ich möchte mich hiermit ganz herzlich bedanken für die vielen Ideen meiner Kundschaft, die ich verwirklichen durfte. Auch ein Dank an meine Familie, an meine Mitarbeiter, die das tun aushalten müssen. Ein fröhliches Weihnachtsfest wünsche ich und einen guten Rutsch. Und jetzt zu unserer Rätselfrage. Wo befindet sich der älteste deutsche Weihnachtsmarkt? Die richtige Antwort senden Sie bitte per E-Mail an weihnachten-at-pirna-tv.de oder Sie rufen an unter pirna-585-188. Der Gewinner wird von uns benachrichtigt. Viel Glück. Und das könnte diesmal Ihr Preis sein. Der Gewinner wird von uns benachrichtigt. Der Gewinner wird von uns benachrichtigt. Untertitelung des ZDF, 2020